Willkommen, meine Damen und Herren, jetzt zum heutigen Dänastag. Hier wird Französisch gesprochen, weil wir sind auf dem Weg nach Frankreich, Paris. Richtig, so mit Simon und mit Couchellen, Benni. Und ich filme erst jetzt, habt ihr schon auf Twitter ja ordentlich was gepostet, sieh dir hier. Und Simon hat schon auf dem Film was gemacht und den Link darfst du uns aber schreiben. Aber kurz ein Ausschnitt für jetzt schon mal. Guten Tag wünsche euch und willkommen. Alter, kannst du den Ding nicht stehen oder? Du kratzt dich immer mir fest die ganze Zeit. Ich halte dich nicht so fest. Jetzt hab ich kein Geld mehr. Ja, siehst du, so läuft das nämlich im Leben. 40 Euro Taschengeld will ich mal sehen, wie lang das hält. Eigentlich waren wir in Paris ja nicht nur, um den Eiffelturm zu sehen, was wir später noch machen, sondern wir wurden von Ubisoft eingeladen, um uns ein neues Spiel von denen anzuschauen und zwar The Mighty Quest for Epic Loot. Das ist ein Free-to-Play-Spiel, das haben wir uns hier in dieser coolen E-Sports-Bar mitten in Paris vorgestellt. Eigentlich bin ich gar nicht so ein Fan von solchen Spielen, aber es sah echt cool gemacht aus. Und ich packe euch mal den Link unten in die Beschreibung und hier ist ein kleiner Trailer-Ausschnitt. Wenn ihr daran Interesse habt, schaut es euch auf jeden Fall an. Ich kann es euch nur empfehlen und bin gespannt, wie das fertige Spiel wird. Wir laufen gerade den Eiffelturm hoch und wir können da ja auch nicht mehr. Das war's am heutigen Tag in Paris zusammen mit dem Errol Benni von der Couch der Helden und 7 Uhr gespielt. Wir sind gerade ja auf dem Rückflug zurück nach Köln. Ich bin schon vor der Landung eingeschlafen, aber ihr habt mich ja nicht damals geweckt, weil ich noch so super... Vor dem Abflug, wie das noch einflug ist. Ja, ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe. Vor der Landung. Ich bin auf jeden Fall ordentlich... nein, ich will das nicht essen. Ich bin ordentlich müde und ihr könnt aber noch auf Umgefilmt. Ist auch noch ein Video von heute und auf Instagram und auf Twitter. Links dazu unten in der Beschreibung. Auch der Benni hat noch verleistet was getwittert. Ich weiß auch, aufzunehmen, was, irgendwas. Ich pack dich mal rein in die Beschreibung. Und das war's von heute. Ich habe wieder Spaß. Wenn ihr da drückt, dann schreibt uns rein in die Kommentare, wo wir noch hin sollen. Und vielen Dank für's Zuschauen. Und da drei müssen wir nächstes Mal gucken. Ja. Wir gehen jetzt zum Flugzeug zurück nach Göln. Wir gehen jetzt zum Flugzeug aus Göln.